Feminismus. Macht mich wahnsinnig. Ja, mich auch. Ich bin gespannt, was du uns sagen willst, Bosetti-Lein. Erzähl mal, Rosetti. Er quält mich. Er geht mir so sehr auf die Nerven, dass ich wünschte, ich hätte einen Sack, auf den er mir gehen könnte. All die politische Korrektheit, die Humorlosigkeit, die Sätze, die immer länger und länger werden, weil man überall einen innen dranhängen muss. Er ist so unpoetisch, so unsexy, so anstrengend. Und er hat einen doofen Namen. Gendern ist hässlich und umständlich und verwandelt die Schönheit eines jeden Satzes in Scheiße. Die Gesellschaft zusammenführen, das möchte Lan Hornscheid auch. Aber ganz anders. Hornscheid versteht sich nicht als Frau oder Mann, sondern als genderfrei. Hat jahrelang Sprachwissenschaft gelehrt. Den Genderstern findet Hornscheid wunderbar, fühlt sich endlich angesprochen. Aber es ginge noch radikaler. Die Endung Enns, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Enns Käufens und Enns Einkaufskorb. Also immer, also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein, ihr Einkaufskorb, sondern Enns Käufer und Enns Einkaufskorb. Nicht mal Mann darf man noch sagen. Überhaupt darf Mann überhaupt nichts mehr sagen, vor allem nichts über Frauen, egal wie tautologisch es auch sein mag. Wenn ein Mann sagt, Frauen sind, wie Frauen sind, kommt bestimmt hinter irgendeinem Busch eine Feministin hervorgesprungen und ruft, was für eine unverschämte, verallgemeinernde und sexistische Äußerung das doch sei. Bedauerlicherweise ist das so beim Feminismus geworden. Wir sind lauter Snowflakes, die jetzt aufpassen müssen, was sie sagen, weil alles, was sie sagen, ist Hass und Hetze und Hass und Hetze und Hass und Hetze. Übrigens ein sehr hübsches T-Shirt. Darf man das eigentlich laut YouTube? Immerhin sind da Brustwarzen zu sehen. Versteht mich nicht falsch. Ich bin diese Feministin. Aus voller Überzeugung. Es fühlt sich nur seltsam an, einem Ismus anzugehören, von dem man wünscht, es gäbe ihn nicht. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel Buddhisten auch wünschten, es gäbe keinen Buddhismus. Oder Kapitalisten, es gäbe keinen Kapitalismus. Aber ich wünschte, es gäbe keinen Feminismus. Ich wünschte, es gäbe einen Feminismus, der die heutigen Themen, die unsere Gesellschaft durchaus erstmal betrachtend immer wieder erfassen. Und ich hätte gerne einen Feminismus, der meine Sorgen versteht. Diese böse, rechte Hetze, die ich immer habe. Der meine Sorgen versteht als kleine, kleine, kleine Mulle in diesem Land, in dieser Stadt, die gerne einfach mal ein bisschen mehr verstehen würde. Warum es denn kein Thema ist, dass wir über solche Dinge reden? Warum dürfen wir das nicht sagen? Warum ist es Hass und Hetze? Warum ist es Rassismus? Warum ist es sexistisch, diese Dinge zu sagen? Ich hätte gerne einfach nur eine Antwort darauf, warum es für dich Dinge gibt, die man nicht sagen darf, während du Dinge sagst, wovon man ausgehen kann, dass ein normaler Mensch diese Dinge nicht sagen würde. Du nennst dich Feministin? Überlegst aber nicht, dass eine alles Schwarze auch eine Feministin ist. Und sie ist keine rechte, böse Hetzerin, sondern sie ist jemand, der Dinge anspricht, die unsere Gesellschaft einfach treffen. Und wir betrachten unsere Gesellschaft und wir sind eine diverse und kulturell sehr bunte Mischung, besonders in bestimmten Bundesländern. Wir sind eine bunte Gesellschaft. Das bedeutet aber auch, dass wir über Probleme, die in dieser bunten Gesellschaft stattfinden, reden müssen. Weil die bedeuten, dass wir hier bald ein Problem haben werden. Wir als Frauen. Über das wir nicht reden dürfen, weil das ist böse. Das darf man nicht sagen. Er ist ein Kampf. Und Kämpfe sind immer kacke. Aber leider sind nicht alle Kämpfe grundlos. Niemand muss Feminismus toll finden. Er ist ja kein Hobby. Wenn du ein Hobby suchst, kauf dir ein schnelles Auto. Also wenn... Aber für was kämpfst du? Für was kämpfst du? Was ist dein Kampf? Gegen wen kämpfst du? Gegen Putin? Ey Leute, ihr macht doch selber ständig Witze über Männer mit zu großen Autos. Und jetzt seht ihr plötzlich nicht, was das Problem ist bei diesem toxischen Oberkörper-Exhibitionisten. Gut, dass wir ihm schon mal die Pipeline abgeklemmt haben. Aber er hat halt noch ein paar mehr Panzerrohre und Atomraketen als Schwanzverlängerung. Und plötzlich fänden es auch die ganzen Super-Machos hier im Land besser, wenn Russland ein bisschen feministischere Außenpolitik gemacht hätte, oder? Und ja, ich weiß, Frauen in der Politik machen nicht unbedingt alles automatisch besser. Ey, aber schlechter, als dass ein fucking Atomkrieg im Raum steht. Kann's ja wohl nicht werden, oder? Gegen wen kämpfst du? Du kämpfst doch nur gegen Menschen, die etwas sagen, was dir nicht passt. Dafür kämpfst du. Wenn du ein Mann bist, wenn du eine Frau bist, lern stricken. Feminismus ist wie das Kondom, das man erst noch kaufen gehen muss, obwohl man schon nackt zusammen im Bett liegt. Ohne wäre es einfacher, aber langfristig eben nur für den Mann. Er ist ein notwendiges Übel. Also nicht der Mann, sondern der Feminismus. Aber das ist eben der Punkt. Er ist notwendig. Wenn ihr also genervt seid vom Feminismus und wie gesagt, dafür habt ihr mein vollstes Verständnis, dann entzieht ihm doch seine Notwendigkeit. Der Feminismus... Wenn deine Themen in dem Feminismus, der ja so vogue ist, der Gesellschaft entsprechen würden, würde ich keine Probleme mit deiner Art von Feminismus haben. Weil es wäre mir wichtig, dass der Feminismus existiert. Weil es wird immer Themen geben, worüber Mann und Frau reden können und wo wir uns verbessern können. Damit habe ich keine Probleme, dass der Feminismus existiert. Überhaupt nicht. Ich habe damit ein Problem, dass wir Menschen haben, die irrationale Gedankengänge haben, dass eine Frau nicht eine Frau ist, nur weil sie eine Vagina hat. Dass ein Mann nicht ein Mann ist, nur weil er einen Penis hat. Wir reden über irrationale Gedankengänge, die überhaupt schon fernab jeder Logik sind. Dass wir keine Väter brauchen, weil wozu braucht man die eigentlich? Sind ja Männer. Dass Männer keine Männer sein müssen, sie können auch Frauen sein. Wir reden über irrationale Gedankengänge, die in dem radikalen Feminismus vorhanden sind und staatsintern finanziell gepusht werden. Entschuldigung. Ey. Der ganze Rundfunk, vor allem der, der online ist, Funk ist ein bestes Beispiel dafür, basiert darauf, dass wir einen Feminismus haben, der die Gesellschaft schon gar nicht mehr trifft. Der ist fernab von jeglicher Rationalität der Gesellschaft, jeglicher Erfahrungswerte der Gesellschaft. Und das ist der sprengende Punkt, womit ich Probleme habe. Wir haben realistische Probleme und keiner sagt, dass wir nicht darüber reden sollen. Daher ist es auch gut, dass wir den Feminismus haben. Ich glaube, die Klimakrise war einfach noch nie so nah. Aber was ist denn jetzt gerade eigentlich das, wofür wir kämpfen? Zuallererst sollten wir mal klären, was Diversity Washing überhaupt ist. Unsere Gesellschaft wird von Jahr zu Jahr bunter durch Globalisierungs- und Migrationsprozesse. Und wenn ich so durch meinen Insta scrolle, dann habe ich auch das Gefühl, dass die junge Generation zunehmend sensibler für solche Themen wird und bewusster auf marginalisierte Gruppen schaut. Und das zeigt auch eine Studie, die zur Unterstützung der globalen He-for-She-Bewegung durchgeführt wurde. Hier wurden 2600 Menschen im Alter von 18 bis 25 befragt, was ihnen bei ihrem zukünftigen Arbeitgeber wichtig ist. Turns out Diversity. Vor allem, was Geschlecht und Herkunft angeht. Aber dadurch, dass Diversity auch irgendwie schon zu einem Trendwort geworden ist, scheint es so, als ob einige auf diesen Hype aufspringen wollen. Dann gibt's Werbe- oder Imagekampagnen, die voll sind mit Rainbow Flags, vielen unterschiedlichen Menschen oder Post mit solidarischen Statements auf Social Media. Und wenn das Ganze nur auf Plakaten gelebt wird, aber sich im Unternehmen selbst nichts tut, dann ist es eben Diversity Washing. Er hat nämlich neben all den anderen unsympathischen Eigenschaften noch eine weitere. Er hat Recht. Er ist der kleine, nervige Streber in der ersten Reihe, der niemand ausstehen kann. Der im Deutschunterricht anfängt, die Grammatik der anderen zu berichtigen, bis ihn sogar der Lehrer hasst. Alle wissen, dass es stimmt, was er sagt, aber niemand hat Lust, ihm zuzuhören. Und natürlich könnt ihr ihn dafür in eine Mülltonne stecken, um einen Tag lang Ruhe zu haben. Aber glaubt ihr wirklich, dass er davon weggeht oder cooler wird? Ladet ihn lieber mal zu einer Party ein. Sozialkompetenz lernt man nicht in Mülltonnen. Und natürlich nervt Feminismus. Jede Instanz, die uns sagen will, was wir tun sollen, nervt. Unsere Eltern, Lehrerinnen, die Polizei, morgendliche Radiomoderatoren, die verlangen, dass wir den Tag genießen. Kalendersprüche, die verlangen, dass wir jeden Tag genießen. Das nervt alles. Aber Recht hat der Feminismus trotzdem. Und eigentlich wissen wir das doch alle. Dass wir nur Menschen anfassen sollten, die von uns angefasst werden wollen. Dass wir Leute nicht auf ihren Körper reduzieren sollten, egal wie viel davon sie zeigen. Dass man Frauen nicht Fotzen und Kampflesben und im Manzen und Bitches nennen sollte. Bezahlt Frauen gleich gut wie Männer, haltet euch von ihrer Würde fern und erniedrigt sie nicht. Es sei denn, das ist nun mal ihr Fetisch, dann nimm mal los. Haltet sie nicht für unfähig, ein Unternehmen zu leiten oder Autos zusammenzuschrauben. Denn beides tut man meines Wissens nicht mit dem Penis. Und wenn ihr doch mit dem Penis Autos zusammenschrauben könnt, geht nach Hause, dreht YouTube-Videos und werdet reich. Aber seid trotzdem keine Arschlöcher. Feminismus wird man nicht los, indem man ihn bekämpft. Feminismus wird man los, indem man Sexismus bekämpft. Und wenn der Kampf ausgefochten ist, dann können die Feministen stricken lernen und die Feministinnen schnelle Autos kaufen, die ihr und eure Penisse zusammengeschraubt habt. Und dann, dann können wir uns endlich alle wieder mit anderen Dingen beschäftigen.